Und einfach komm raus zu Tränen, von alleine. Alles kommt von meinem Kopf und es kommt runter. Hast du was gespürt? Ja. Mit den Händen auch? Ja. Was hast du mit den Händen? Kommt die Gefühle. Und erst auf meine Augen. Ganz warm. Und dann wieder kalt und dann kommen meine Tränen von alleine. Das heißt, was denkst du? Lieber? Ich werde gespürt. Was hast du gemacht? Du kannst gucken, ja?